Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In The Burning Crusade ist das System hinter den Raids extrem einfach zu verstehen. Es gibt Karazhan und Sulaman im 10-Spieler-Modus und alle anderen Raids im 25er-Modus. Alle paar Tage bzw. wöchentlich werden diese resettet. In Wrath of the Lich King hingegen wurde das Raid-System deutlich verändert. Das allerdings nicht nur einmalig zum Start der Erweiterung, sondern kontinuierlich über alle Patchphasen hinweg. Fangen wir aber mal von vorne an. Anders als noch in The Burning Crusade kann man jegliche Raids im 10er- oder 25er-Spieler-Modus betreten. Dadurch wird das komplette System noch flexibler, was dem eigenen Belangen zugutekommen kann. Seid ihr zum Beispiel eher jemand, der an einem Freitagabend entspannt mit Kollegen einen Raid bestreiten will, dann habt ihr nun mit der 10-Spieler-Variante die Möglichkeit dazu. Alle anderen, die es gerne noch etwas schwerer haben wollen, können nach wie vor den 25er-Modus wählen. Dabei ist der Boss-Loot allerdings ein anderer. Die Items des 25er-Raids sind zudem besser als die aus der 10er-Variante. Mit der ersten Phase von Wrath of the Lich King erwarten euch die Raids Naxxramas, das Auge der Ewigkeit sowie das Obsidium-Sanktum. Naxxramas, welche vermutlich noch einige aus Classic kennen, befindet sich in der Drachenöde und ist in vier verschiedenen Flügeln sowie der finalen Frostbürmhöhle aufgeteilt. Es erwarten euch 15 Bosse mit dem Oberhaupt Kel'Thuzad. Hier droppen insgesamt vier der fünf T7-Teile. Beim Auge der Ewigkeit handelt es sich um einen Ein-Boss-Encounter, ähnlich wie Onyxia, bei dem es keinen Trash gibt und ihr den Drachen Maligos bekämpfen müsst. Den halben Bosskampf bestreitet ihr hier auf Drachenmounts. Als seltene Belohnung könnt ihr hier einen Flugmount erhalten. Im Obsidian-Sanktum gilt es den Drachen Sartarion zu besiegen. Ihr könnt hier mehr Loot, einen Drachenflugmount sowie einen Erfolg bekommen, wenn ihr die drei Drachen am Rand am Leben lässt. Sie greifen dann in den Bosskampf ein, verstärken den Boss und machen euch das Ganze deutlich schwerer. Hier gibt es ebenfalls einen T7-Token zu ergattern. Für keinen der drei Raids benötigt ihr eine Vorquest, wobei das vielleicht nicht ganz richtig ist. Um gegen den Drachen Maligos im Auge der Ewigkeit zu kämpfen, benötigt ein Spieler den Schlüssel der fokussierenden Iris. Dieser wird vom vorletzten Boss in Naxxramas Saphiron fallen gelassen. Der Schlüssel startet dann eine Quest, die ihr bei Alexstrasa im Wymruh-Tempel abgeben könnt. Für die 25er-Version benötigt ihr den heroischen Schlüssel. Lasst euch hier aber auf keinen Fall von dem Wort heroisch irritieren. Im T7-Bereich wird der 25-Mann-Raid noch als heroische Version betitelt. Das wird sich allerdings im Laufe der Erweiterung ändern. Jeden Raid könnt ihr einmal pro Woche im 10-Spieler- und im 25er-Spieler-Modus betreten. Die IDs der beiden Varianten sind demnach getrennt. Das Tearset droppt in beiden Varianten, wobei sowohl die Set-Items als auch der normale Loot in der 25er-Version besser ist. Allgemein kann man die Set-Tokens auch noch via Marken bzw. dem Boss in 1000 Winter bekommen. Er erwartet allerdings nicht viel in Sachen Schwierigkeit im T7-Content. Schon damals wurde zwei Tage nach Release von Wrath of the Lich King der komplette Content gekleert. Wir vermuten allerdings, dass es auch bei diesem Release von Wrath of the Lich King nicht anders sein wird, wenn nicht sogar noch schneller. Das einzige, was tatsächlich herausfordernd ist, sind die Erfolge, welche ihr absolvieren könnt. Bei diesen müsst ihr z.B. den Raid mit weniger Leuten als gedacht klären, einen Boss in einer gewissen Zeit töten bzw. ohne dass jemand stirbt, aber keine Sorge, im T8-Content wurde das Ganze etwas anspruchsvoller. Mit Ulduar kam anschließend einer der beliebtesten Raids ins Spiel. Die Instanz befindet sich ganz im Norden des Sturmkipfels und hier bekommt ihr auch das T8-Set. Es erwarten euch insgesamt 14 Bosse, welche in fünf Abschnitte unterteilt sind. Angefangen mit der Belagerung von Ulduar und dem Flammen-Leviathan, Ignis, dem Meister des Eisenwerks, dem Drachen Klingenschuppe sowie XT-002-D-Konstruktor. Habt ihr diesen gemeistert, steht ihr auch schon in der Vorkammer von Ulduar. Hier geht's weiter mit der Versammlung des Eisens, Kologan sowie Auriaia. Ab jetzt könntet ihr in das himmlische Planetarium abbiegen. Dort erwartet euch der wahre Endboss Algalon, dazu aber gleich mehr. Nun fehlen noch die vier Hüter von Ulduar, Freya, Bodir, Thorim und Myrmiron und sobald ihr diese geschafft habt, öffnet sich die Tür und es geht zum Abstieg des Wahnsinns. Jetzt stehen nur noch General Vesax sowie der offizielle Endboss Jogsaron auf eurer Liste. Die Kämpfe sind im Allgemeinen deutlich abwechslungsreicher als noch die Vorgänger. Den ersten Boss, den Flammen-Leviathan, besiegt ihr zum Beispiel nur mit Fahrzeugen. Das Leben und der Schaden der Fahrzeuge skaliert hier allerdings mit eurer Ausrüstung. An den Aufteilungen der IDs hat sich auch hier nichts geändert. Ihr könnt einmal pro Woche im 10er und einmal pro Woche im 25er den Raid betreten. Hier kommt allerdings die erste große Neuerung ins Spiel. So gut wie jeder Boss hat einen Hard-Mode. Dieser gewährt euch zusätzlichen Loot und ist auf unterschiedlichste Weise aktivierbar. Der Dekonstruktor zum Beispiel lässt ab 75% sein Roboterherz fallen und jeglicher Schaden darauf wird in multipler Form an dem Boss weitergegeben, sobald er sich dieses wieder einsetzt. Solltet ihr hier jedoch so viel Schaden machen, dass es zerstört wird, aktiviert ihr den Hard-Mode. Der Boss heilt sich nun wieder auf 100%, haut stärker zu und hat zudem mehr Leben. Im Kampf gegen Thorim startet ihr unten in der Arena zu seinen Füßen. Sobald der Wurm getötet wurde, öffnet sich das Tor. Ab jetzt habt ihr drei Minuten Zeit, Thorim über diverse Trash-Gruppen zu erreichen. Das geschafft, bleibt seine Frau Sif an seiner Seite und despawnt nicht. Den restlichen Kampf über beschießt sie euch, was enormen Schaden am Raid verursacht. Der alternative, aber indirekte Endboss des Raids Algalon ist so gesehen automatisch ein Hard-Mode. Er zählt zu einem der schwersten Kämpfe aus ganz Wrath of the Lich King. Diesen könnt ihr zudem pro ID nur eine Stunde spielen. Anschließend verschwindet er und ihr müsst bis zum wöchentlichen Reset warten. Um Algalons Kammer zu öffnen, benötigt ihr mindestens einen Spieler, welcher den himmlischen Planetarium-Schlüssel erlangt hat. Diesen bekommt ihr nur, indem ihr eine Quest-Reihe abschließt, bei der ihr eine Reihe von Erfolgen erledigt, welche es in Uldua bei einigen Bossen zu bekommen gibt. Besagte Erfolge haben meistens damit zu tun, dass ihr einen Boss in einem Hard-Mode besiegen müsst. Wenn ihr den offiziellen Endboss Yogg-Saron im Hard-Mode zur Strecke bringt, indem ihr keine Wächter anspricht, die euch unterstützen, kann sogar das extrem seltene Flugmode mir wieder ins Kopf droppen. Wobei die Geschichte rund um die Hard-Mods so nicht ganz richtig ist. Schon damals in AQ40 gab es das Käfer-Trio und wolltet ihr hier den besten Loot haben, habt ihr die Reihenfolge der zu tötenden Käfer so anpassen müssen, dass Lord Kree zum Schluss stirbt. Dieser war allerdings mit seinem AOE-Giftschaden einer der nervigsten Käfer, sodass es eine relative Anstrengung war, diesen lange am Leben zu lassen. Auch bei Sartarion aus dem T7-Content gab es den Hard-Mode mit den drei Drachen. In Uldua wurde das System sozusagen deutlich ausgebaut. Mit der nächsten Phase rund um den T9-Content ändert sich so einiges in Sachen Raids. Hier erscheint die Prüfung des Kreuzfahrers, welcher sich im Nordosten der Eiskrone befindet. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um eine Prüfung, bei welchem sich die stärksten Helden beweisen müssen, welche es mit Arthas und der anstehenden Bedrohung in der Eiskrone in Zitarelle aufnehmen möchten. Unterm Strich also eine Arena ohne Trash, in der sich euch nacheinander fünf Bosse in den Weg stellen. Das Event startet mit dem Bestien von Nordend. Hier kommen nun nacheinander drei kleinere Bosse auf euch zu. Zuerst Gormok der Pfähler, dann die zwei Sandwürmer Edschlund und Schreckensmaul und zu guter Letzt der Yeti Eishäuler. Das geschafft, betritt ein Gnom die Bühne, welcher versehentlich einen Dämon namens Lord Jaraxxus beschwört. Nun springen die Helden der gegnerischen Fraktion von den Sitzplätzen, um euch den Garaus zu machen. Als vorletzten Boss erscheinen die beiden Valkyren, Fiola und Idis. Nun habt ihr eigentlich alle vorgesehenen Monster besiegt. Doch plötzlich taucht der Lichtkönig Arthas persönlich auf und lässt den Boden einstürzen. Nachdem der komplette Raid ins Wasser gefallen ist, wartet auf euch noch der letzte Endboss Anubarak. In den heroischen Versionen startet ihr beim Betreten automatisch einen Tributrun. Hier dürft ihr nur 50 Mal viben, bevor die Bosse bis zum nächsten Reset verschwinden. Solltet ihr den heroischen Run im 25er ohne Vibe schaffen, bekommt ihr den Erfolg ein Tribut an den Wahnsinn, samt einem einzigenartigen Mount, welches ihr via Post zugesendet bekommt. In der Tributkiste befindet sich zudem, je nachdem wie oft ihr gewiped seid, noch weitere extrem starke Items auf Eiskrone Niveau. Hier gibt es außerdem die einzigen Tokens, um an das heroische Tier 9 Set zu kommen. In derselben Phase kam zudem noch die 10er und 25er Neuauflage von Onyxia raus, da World of Warcraft seinen fünften Geburtstag feierte. Das Ganze ist allerdings nicht mehr als ein netter Zeitvertreib. Als Loot gibt es hier nur die Neuauflage der alten Items, welche aber höchstens für Nachzügler gedacht sind. Das Interessanteste hierbei ist das Onyxia Flugmount, welches ihr auch schon gerade im Hintergrund sehen könnt, sowie die 22er Platztasche. Der Kampf an und für sich ist ebenfalls noch der alte. Mit der vorletzten Phase war es dann endlich soweit. Die Eiskronen Zetadelle samt Arthas kommt ins Spiel. Der Raid, auf dem vermutlich alle gewartet haben. Geografisch gesehen liegt dieser, und wer hätte es anders erwartet, in der Eiskrone. Hier erwarten euch zwölf Bosse in fünf Abschnitte unterteilt. In der unteren Zetadelle erwarten euch Lord Maga, Lady Todeswisper, der Luftschiffkampf, sowie abschließend Todesbringer Saofang. Anschließend geht es in das Innere. Hier erwarten euch nun drei weitere Flügel, angefangen beim Seuchenwerk mit Fauldam, Modermine und Professor Seuchenwort. Die blutrote Halle mit dem Rad des Blutes, sowie Königin Lanartil, die Halle der Frostschwingen mit Validria Traumwandler und Sintragosa. Diese erledigt könnt ihr euch von der Mitte aus direkt zum Frost rumporten. Hier steht ihr Arthas persönlich gegenüber. Die letzten Bosse kamen allerdings erst nach und nach ins Spiel und waren nicht ab dem Beginn verfügbar. Nachdem Blizzard mit dem alten System nicht so ganz zufrieden war, da man so gesehen mit einem einzigen Charakter die Prüfung des Kreuzfahrers viermal spielen konnte und wegen dem Emblemen des Triumphes sogar fast musste, haben sie hier nochmal das System verändert. In der Eisgrundzitadelle war es nun möglich, zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden normal und heroisch pro Boss zu wechseln. Scheitert ihr zum Beispiel an einem Boss im heroischen Modus, könnt ihr auf den normalen umstellen. Um allerdings Arthas auf heroisch angehen zu können, musstet ihr davor die drei Flügelbosse auf dem heroischen Modus töten. Dieselbe Raidgröße natürlich immer vorausgesetzt. Ihr müsst dafür nicht einmal aus der Distanz laufen, sondern könnt das Ganze vor dem Pull einstellen. Um überhaupt den heroischen Modus spielen zu können, müsst ihr den Lichtkönig einmal auf normal getötet haben. Bedeutet also zusammengefasst, ihr kommt pro Woche nur einmal im 10er und einmal im 25er durch die Eiskronenzitadelle. Pro Boss könnt ihr individuell entscheiden, auf welcher Schwierigkeitsstufe ihr diesen angehen wollt. Zudem gab es damals zum Erscheinen des Raiders noch die begrenzten Versuche. Ihr hattet somit nur ein paar wenige Tries auf die Endbosse der jeweiligen Abschnitte bzw. auf Arthas. Habt ihr in den wenigen Versuchen die Bosse nicht legen können, sind diese verschwunden. Die Anzahl der Versuche hat sich allerdings in regelmäßigen Abständen erhöht. Außerdem hat jeder Spieler den Debuff Kälte des Throns, welche vor allem die Tanks betrifft, beim Betreten der Instanz bekommen. Dieser reduziert die Ausweichschaße um 20%. Ein ähnlicher Debuff wird uns auch schon bald in The Burning Crusade im Sonnenbrunnenplateau erwarten. Genau andersherum gab es nach ein paar Monaten noch den Buff Hölschreichs Kriegshymne bzw. auf Allianz Seite Vrinds Stärke. Diese erhöhen euren Schaden, eure Heilung sowie eure Schadensabsorvation um 5% und wurde einmal im Monat erhöht, bis er auf 30% angekommen war. Das T10 Set gibt es hier über die Abzeichen Embleme des Frostes. Habt ihr euch davon ein Setteil gekauft, könnt ihr dieses via einem Wireabzeichen des Beschützers upgraden. Besagte Abzeichen droppen bei den Endbossen der jeweiligen Flügel bzw. bei Arthas. Als letzten Raid kam dann noch das Rubin-Sanktum ins Spiel oder auch das unwürdige Ende von Wrath of the Lich King. In diesem Einboss-Encounter müsst ihr zuerst die drei Minibosse umhauen sowie anschließend den General, welche nichts anderes droppen bis auf Magen. Danach geht es weiter zum großen Drachen namens Halian. Neben den klassischen Raids gibt es in Wrath of the Lich King noch Arhavans Kammer. Dieser Schlachtzug befindet sich in 1000 Winter dem PvP-Gebiet. Eine Fraktion greift dabei mit Schlachtfahrzeugen an und die andere versucht das Ganze zu verteidigen. Die Gewinner haben Zugang zum Raid. Im Raid befindet sich zum Start von Wrath of the Lich King nur ein Boss. Dieser kann im 10er und 25er Modus gespielt werden. Loottechnisch gibt es hier PvE sowie PvP-Set-Items aus dem aktuellen Content sowie in seltenen Fällen auch das große schwarze Kriegs-Marmut als Mount. Pro neuer Tierstufe kam hier ein neuer Boss hinzu. Zum Schluss noch ein kleines Fazit von uns. An und für sich wird jede Phase Spaß machen. Die erste Phase mit Naxramas und den beiden Einboss-Drachen-Encountern könnt ihr hierbei allerdings etwas zäher werden, da der Content sehr leicht ist und man Naxramas vermutlich noch aus Classic kennt. Sucht euch auf jeden Fall eine coole Gilde, macht die Erfolge und holt euch die besten Items aus dem Tier 7-Bereich. Wenn dann Ulduar erscheint, wird es unfassbar spaßig. Hier liegen wirklich Welten zwischen den ersten Schlachtzügen und dem Tier 8-Dread. Durch die gut designten Bosskämpfe, den Hardmode und Algalon habt ihr auf jeden Fall länger etwas zu tun. T9 und die Prüfung des Kreuzfahrers könnt ihr dann wieder Erzähler werden, vor allem dank der vier Lockouts pro Charakter. Immerhin gibt es hier keinen Trash und allgemein dauert das Ganze nicht allzu lange. Die Raid-Design-Philosophie dahinter gab es zudem davor auch noch nie. Die Eiskronen-Sitadelle wird dann ein weiteres Highlight aus Wrath of the Lich King. Diese ist mit Uldur auf jeden Fall an der Spitze aller Raids. Wie schon erwähnt, sucht euch eine Gilde, die zu euch passt, denn einer der coolsten Sachen ist hier auf jeden Fall an einem entspannten Abend mit seinen Leuten ein paar Erfolge nachzujagen. Für manchen gibt es hier sogar einzigartige Mounts, die ihr sonst nicht mehr im Spiel erhalten könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne viel Spaß in VOTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.